So, was steht denn noch an? Warte mal, was hatten wir eigentlich auf der letzten Verbotsliste geschrieben? Wann kommt die nächste Liste raus? Nicht früher als in ein paar Monaten. Ist das jetzt schon lange her? Keine Ahnung. Wir machen einfach eine neue, da freuen sich die Leute. Wir werden mal gucken hier, was ist denn überhaupt gerade? Meta... Ah, ja, doch, okay. Okay, so, was haben wir denn hier? Oh, Despia. Ja, ähm, nee, Despia und Branded, nee, da können wir nichts machen. Da haben wir gerade das Structure Deck rausgebracht. Das wäre natürlich nicht so smart, da hätten wir gar nichts. Was haben wir denn hier noch? Oh, ein Deck mit Nidelfiber. Oh, die gehen auf Aroadon. Ja, ganz klar, ne? Aroadon, bam, das ist ganz klar. Problemgelöst, würde ich sagen, an dieser Stelle. Dann haben wir noch, ja doch, Miau, Miau. Ja, komm, Miau, Miau, verbieten wir auch. Das hat irgendein Praktikant letztens wieder auf 1 gesetzt. Äh, das war ja voll die dumme Entscheidung. Miau, Miau, bam. So, was haben wir noch? Ah ja, genau. Ja, Jet Synchron kann dann ja auf 1, weil der wurde ja benutzt, um Aroadon zu machen. Also, Jet Synchron wieder auf 1. 1, gefällt mir. Was gibt es noch? Ähm, ach so, ja, oh nee. Dieses Haufen Deck, ey. Mal ganz ehrlich, was sind das denn für Leute, ja? Die sollen Deck spielen, die halt irgendwie auf Decks, also auf Archetypes aufbauen. Wofür bringen wir die überhaupt raus? Und dann bauen die so einen Haufen. Äh, so einen Haufen, alles rein. Ist ja wie mein Smoothie oder so. Ne, das können wir nicht holen. Äh, Red Rose auf 1, ja. So. Ne, so einen Haufen. Da ist so weit, jetzt kommt es noch. Äh, so. Ähm, dann brauchen wir noch etwas, damit die Leute zufrieden sind. Äh, damit die denken, dass wir irgendwie was machen dagegen oder so. Was haben wir denn hier? Ähm, komm. Needle Fiber auf 1, ja. Und, äh, äh, Schuppendrachen auch auf 1. So. Äh, ja. Super. Gefällt mir. Ähm, so. Was haben wir denn noch? Was können wir denn machen? Hm. Was könnte man noch machen? Also, ähm. Ja, wir müssen ja eigentlich noch irgendwie, irgendwie noch Spice irgendwie reinbringen. Ich weiß auch nicht. Also, irgendwie. Oh, nee. Hm. Uh. Was ist das denn? Oh, ho, ho. Oh. Das ist aber, ach, verstaubt. Oh, der ist ja. Was macht der hier alles? Was haben wir hier denn? Zeitsiegel? Überläufer? Ja, der Gerasu? Affenboot? Oh, ne? Verstauben wären die da auch nicht besser. Ich würde sagen, alle 4 auf 1. Ähm, ja. Das ist doch gut. Alles auf 1. Perfekt. Hä? Ja. Oh, gut. Dann. Der ist schon verstaubt, ey. Ging da schon länger rum, glaube ich. Ähm, dann weiter geht's. Äh, dann. Äh, so. Paaren wir ein paar Karten auf 2, damit Malicious wieder ein paar Freunde hat. Trotzdem, der fühlt sich da mal ziemlich alleine. So, dann räumen wir noch die Liste auf. Ich würde sagen, wir packen einfach 6 Karten auf 3. Dann ist die Liste auch schön groß. Und dann kann sich halt einfach keiner beschweren. Nehmen wir einfach mal hier. Ja, nehmen wir mal hier. Ja, Kreis. Oh, Hengst. Ah, noch ein paar hier kommen. Let's go. Ja. Ich würde sagen, gute Liste. Ähm, hat alle Probleme angefasst, würde ich sagen. Geht morgen direkt aus. Ich würde sagen, Feierabend. Ja, war noch ein erfolgreicher Tag. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Oh, was haben wir denn da? Aha, die Verbotsliste. Oh, ja, interessant. Oh, sehr nett. Warte mal. Da fehlt doch was. Hä? Ne, das können wir so nicht lassen. Da fehlt ganz klar. Werte Anaconda. Verboten. Das ist eine gute Liste. Ja, doch. So kann man das stehen. Das ist doch.